Guten Tag, liebe zukünftige Versandungsteilige. Wir haben eine Bitterheitspolizei. Ganz wichtig ist, dass wir in Kooperation mit den Veranstaltern darauf achten, dass die Wiedervorschlüsse in erster Linie beachtet werden. Das bedeutet, dass sie bitte, und das wurde schon mehr vorhin gesagt, ein bisschen auseinander gehen. Ganz wichtig ist, wir haben noch Pufferbereiche. Bereiche, wo man sich zurückziehen kann, in der Tegelhattelstraße Richtung Ernst-Reuter-Platz. Dort bitte zurückziehen, langsam, aber sicher. Hier wurde gesagt, ich bin zu leise. Nochmal die Bitte. Aufgrund des Infektionsschutzes möchte ich Sie herzlich auffordern und bitten, den Bereich in der Tiergarten Richtung Tiergarten, Hans-Reuter-Platz, sich zu bewegen. Um 15.30 Uhr soll hier grundsätzlich Ihre Versammlung beginnen. Wir sind als Polizeidaten darauf bedankt, dieses auch zu gewährleisten. Dazu brauchen wir eben nur mit Hilfe. Das bedeutet, wir gemeinsam werden diesen Einsatz für das Wort, wenn wir auch die Abstände einhalten. Deshalb, ab 15.30 Uhr, wenn wir nicht mit uns zusammenarbeiten können oder wollen, werden wir euch beaufladen. Das heißt, wir werden euch sagen, ihr müsst anderthalb Fehler einhalten und ihr müsst die Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen. Wenn das nicht passiert, werden wir logischerweise unser Recht durchsetzen, denn dazu ist ein Verdamm. Unser Wunsch ist, in Kooperation mit euch, diesen solchen Tag vernünftig zu bestreiten. Unser Wunsch ist, in Kooperation mit euch, diesen Tag einрут. tienen uns einen Kriegförd, in matures host, periods zu bewegen.